Wir sind durch den tiefen Schnee runtergefahren und auf einmal hat sich der Schnee aufgewölbt, wahnsinnig aufgewölbt. Und ich habe mir gedacht, nein, das ist jetzt eine Lawine, aber es war keine Lawine, es ist nicht runtergegangen, sondern runtergegangen und keiner glaubt mir es. Ich glaube das sehr wohl, aber das ist Vergangenheit. Du bist die Zukunft. Weiß was, dein Knob kannst du in den Arschirmen. Ich schau dir selber um mich, Scheiße. So Kalainz, jetzt holen wir uns die Drexer. Untertitelung des ZDF, 2020